Hallo Leute, Willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2 Immer noch auf der TSM3 Map mit Version 1.3.1 von Euro Truck Simulator Und ich bin noch immer nicht allein, neben mir sitzt noch immer mein Beifahrer Hallo Darcy Ja hallo, ja ich bin immer noch da Genau So und dazu würde ich gleich vorschlagen, suchen wir uns gleich einen Auftrag Wieder mal das übliche Ach guck mal wieder so ein Top-Auftrag, Fargo Fargo Aber dieser muss man 400 Meter mehr fahren Ja, dafür kriegst du ja auch 1 Euro mehr Ja Madrid, Barcelona, nein fahren wir nicht Dann kommen wir wieder an der Stelle vorbei Ja Da müssen wir erst abklären, ob das ein Wack ist oder nicht Barcelona, Montpellier Och ne Da sind wir in die Strecke, sind wir ja eh schon halb gefahren Ja Das muss ja nicht nochmal sein Seville Also von Tangier nach Seville Ja Seville Ja Oder nach Rabatt Nein Rabatt Ne, wir brauchen halt keinen Rabatt Ne Wir fahren den regulären Preis Ne Das haben wir da Das ist da, wo wir das letzte Mal hin aufgehört haben So eine Strecke wieder zurück, die wir nicht fahren wollen Ja mal ein bisschen weiter nach hinten Vielleicht kommen da ja mal ein paar interessantere Strecke da Ne doch Standard Luxemburg so hat man die Standard Ja Ich glaub das Problem ist, dass man einfach Nur da freigeschalten haben und da drüben Ja gut, nach denen kommen wir sowieso nicht Man müsste sich so langsam Richtung Nordwesten oder Nordosten hocharbeiten Ja Nur da komme ich nicht weit nach Norden Ja Südich Ja das sind einfach nur die Nummer Ich denk mal Ja Man kann halt nur die Schnellaufträge in Städten annehmen, wo man schon mal irgendwann war Das ist das Problem Ja Folge das Aber die Irgendwie ist bei den Schnell auch überhaupt bei den Aufträgen Ich war hier Afrika im Übermaß zu vertreten Das ist ein bisschen zu viel teilweise Baladolid nach Porto Ja das ist doch mal ein bisschen weiter oben 456 Kilometer mit einem Miweko Ja Ja Ich denk mal das ist eine angenehme Frage Ich schau noch eine Seite weiter Aber ich glaub da gibt es nichts Nee, fahren wir das Ja komm Wo war das jetzt da? Auftrag annehmen Fahren wir mal ein bisschen nördlicher Ja schön dass er auf den Ladescreens den neuen Trailer zeigt, die es nichts im Spiel gibt Ja Irgendwann werden sie bestimmt wieder ein Ersatzmodder haben sie auch einen Trailer Mod herstellt für die Map Hoffentlich Ja Ja gut ich für meinen 4 nutze ich ja ein anderes Trailer Pack Das verträgt sich sie ja mit der TSM3 Map Ich fahr da jetzt so Ich fahr da jetzt so Ich fahr da jetzt nicht wie das Navi sagt Ja das Navi ist da drin sowieso manchmal sehr eigen Und nicht immer sinnvoll Bei der Vorgabe Aber er hat sich hier gerade anders entschieden Und wir fahren einen EB-Eco Sind auch schon lange nicht mehr Stimmt Ja So lange es kein Renault ist Richtig Richtig Das ist der einzige Trailer den man überhaupt nicht gefällt Ja aber ich glaub den muss ich mir dann im tatsächlichen Let's Play Wenn's die 3.2er gibt TSM Als ersten Trailer holen Ja das kommt davon wenn man solche Umfragen macht Es kommt davon wenn man so komische Leute hat die Wieso hat er jetzt den Ach Gott den Händler nicht erkannt Naja wurscht Wenn man so komische Leute hat die dann die Leute dazu aufstacheln noch Dass sie grad die Marke nennen die man selber nicht mag Ich mag jetzt keinen Ja ich mag jetzt keinen Namen nennen aber Sie sitzen im gleichen LKW wie ich gerade also Ja Ich seh keinen dritten hier so zu FW3 ist auch kein Platz Ich weiß auch gar nicht wenn du meinst Ja ich auch nicht Ja Ich persönlich würde sowas ja nie bei anderen Leuten im Video machen Nein im Video nicht aber in den Kommentaren Ja So und jetzt kriege ich auch Geht mal bitte einer rausschieben Ach geht ja Wir sind noch über 30 hochgekommen Juhu Mit wieviel fahren sie auf der Autobahn? Auf 30 Juhu Glauben sie dass das richtig ist? Nein aber der LKW schafft nicht mehr Ja Um 30 da bist du ja noch schnell Teilweise kann es ja wohl sein wenn du mit 10 hochkommst Ja ich glaube die Fracht ist zu schwer für den Iveco Der wird sicher nicht den stärksten Motor drin haben Ja Aber wir hatten ja im letzten Video schon erwähnt Das SDS das in Patch 1-3 etwas übertrieben hat mit den Gewichten Hm Richtig Aber das ist ja nicht Das sind ja jetzt keine Schwerlasten Das sind ja nur meistens so 15 bis 25 Tonnen Die man im Durchschnitt dranhängen hat Und das dürfte auch im Truck mit 350 bis 400 PS nichts ausmachen Im Normalfall nicht nein Ja Und wie wir auch schon festgestellt haben In echt Die ganze Spedition haben wir auch nicht Nicht so starke Zugmaschine Ja Und Du musst ja eins rechnen Was machst du mit dem Truck Wenn du wirklich mal irgendwo Äh Ein Berg hast den du hoch musst Äh Es gibt ja genügend kleinere Berge auch in Städten oder so Wo du äh Äh Doch relativ steile Anfahrten hast oder so Da gibt es ja kaum hoch Das ist richtig Ja Deshalb kann man sehen dass die Gewichtsberechnung der Trailer etwas daneben liegt Aber komisch habe also hat sich bis jetzt kein einziger Modder Jeder damit befasst Wer weiß wie kompliziert das ist Ich meine ich Ich kenne die Ich weiß nicht wie das Wie das hinterlegt ist im Spiel Ja ich auch Also Da bin ich auch überfragt Ich meine ich bewundere ja jeden Modder Der sich wirklich die ganze Arbeit macht Teilweise Äh Mache ich mal ja auch so kleinere Arbeiten Und äh Schreibe ein paar Sachen rum oder so Aber das sind äh Äh Doch äh Relativ einfache Sachen Also ich bewundere schon Das Modder Das Modder wirklich sich da reinhängen und sich die Sachen aussuchen und dann programmieren Oder umschreiben Also es ist schon eine äh Relativ große Arbeit und eine gute Leistung Ja Auf jeden Fall Und ich möchte gar nicht wissen wie viele Stunden die da reinstecken Ja Äh Stell mal vor hier so Modder eben hier wie bei der TSM Map Was die für eine Arbeitsleistung in so ein Hobbyprojekt reinstecken kann Das ist doch schon eine Vollzeit Freizeit bin Äh Vollzeit Freizeitbeschäftigung ja 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 Da hast du also nicht mehr viel Freizeit über Um dann noch irgendwas anderes zu machen Also das muss man den Leuten wirklich hoch anrechtern Allen Moddern Es egal Ob sie jetzt einen kleinen Mod machen oder einen großen Mod machen Allen muss man das eigentlich hoch anrechtern Dass sie sich überhaupt die Arbeit machen Weil sie das ja wirklich nur just for fun machen Ja Ja Und SCS kann froh sein dass solche Modder gibt es Sonst wird heute keiner Keiner mehr über ITS 2 reden Ja Aber Äh Das ist bei OMSI so Und das auch beim Landwirtschaftssimulator so Die Spiele sind ja nur erfolgreich Weil es eine Modder Szene gibt Mhm Mhm Man hat sich gesehen bei Bussimulator Da gibt es keine Mods Ja Ich sehe wie viele heute noch davon reden Ja Das ist dann so schnell langweilig Oder auch andere Truck Simulationen oder so Die äh Keine Mods anbieten Oder Eben nicht die Möglichkeit anbieten Dass man überhaupt Mods erstellen kann Die sind genauso schnell wieder weg vom Fenster Wie sie gekommen sind Weil sie ohne Die mögen vielleicht keine schlechten Spiele in dem Sinne sein Aber da sie eben keine Mods haben Oder viel mehr Diese ganze Szene nicht unterstützt sind Sind die Spiele halt für die meisten Leute uninteressant Mhm Ja Es ist natürlich was anderes als ein Ja Heißt nicht die Aufbaustrategie oder Rollenspiel oder Wobei Skyrim oder alle wie es heißen Gibt es auch genug Mods dafür Ja Ja gut Aber Das ist auch bei Rollenspielen nicht immer so Es gibt ja genügend Rollenspiele Wo es keine Mods für gibt Äh Weil sie das vom Hersteller aus nicht vorgesehen haben Dass andere Spieler Äh Da irgendwelche Erweiterungen machen Das ist Skyrim Oder überhaupt diese Serie Ist da eine rühmliche Ausnahme Dass es da ein Editor gibt Dass man eben wirklich selbst Sachen entwickeln kann Und äh Äh Anderen Leuten anbieten kann Das ist ja auch das Schöne bei Stream Bei Skyrim Dass du Da diesen Wie hat's das bei Stream Workshop Workshop Ja Workshop Wo man alle Mods Eigentlich an einer Stelle findet Und die direkt dort runterladen kann Ohne dass man jetzt Wie es eben hier beim Euro Truck ist Dass man äh zig dutzend Seiten hat Die irgendwo irgendwelche Mods anbieten Wo man sich die Mods eigentlich suchen muss Mhm Ja Und da installiert es gleich ins richtige Verzeichnis Ja Braucht sich um nichts mehr kümmern Wenn du das Spiel startest Überprüft er direkt Äh Ob das Ob der Mod aktuell ist Oder ob er eingestellt worden ist Oder so Das ist das Schöne bei Skyrim Muss ich also sagen Man muss selbst keine Kontrolle darüber halten Über die Mods Wenn man nur Spieler ist Sondern Das Spiel achtet schon darauf Und beim Spielstart Kriegt man mitgeteilt Der und der Mod hat ein Update Dann wird er auch automatisch runtergeladen Und wieder auf den neuesten Stand gebracht Oder es wird mitgeteilt Äh Ob man den Mod noch drinnen behalten will Obwohl er Von der Mod zurückgezogen worden ist Oder Fehler hat Ja Das ist das Schöne an Steam eigentlich Wir spielen das gleiche Wird auch automatisch abgedatet Man kann es natürlich abschalten Ja Aber Im Normalfall Sobald man Steam startet Wird überprüft Ob es Ein Update gibt Für die Spiele die man hat Oder die Spiele die man installiert hat Ja Und dann schluss geht es Dann laden sich es runter Und Ja Und Stream überprüft vorher Ob Äh Das Spiel überhaupt Auf den Windows Versionen lauffähig ist Und Da kann man sich eigentlich schon relativ gut drauf verlassen Auf denen ihre Angaben Ja Schon eine feine Erfindung eigentlich Ja 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 Von diesen ganzen Plattformen Ist für mich Stream Die einzige Plattform die in Frage kommt Da Man Stream auch so einstellen kann Dass man eigentlich komplett offline bleibt Auch wenn man eine Onlinevermittlung hat Ja Einmal musst Online spielen glaube ich Ja Mit dem Spielern ganz das offline spielt Ja Aber ich kann halt bei Stream sagen Stream Geh bitte offline Und bleib offline Auch wenn ich online bin oder sowas Aber ich möchte nicht dass du dich verbindest Und Das kann man bei den ganzen anderen Plattformen halt nicht Weil Weil Sobald man anfängt zu spielen Brauchen die auch die Onlineverbindung Ganz negatives Beispiel für mich ist eigentlich immer noch Newplay von Ubisoft Wo man ja bestimmte Spiele gar nicht mehr spielen kann wenn man keine Onlineverbindung hat Siehe Anno Anno 2070 Oder Siegler 7 Oder sowas Das wären alles Spiele gewesen die ich mir gerne hätte gekauft Und früher hätte ich sie auch gekauft Aber mit dieser mit diesem komischen Zwang Dass ich die nur spielen kann wenn meine Onlineverbindung Äh Äh Dran ist Nein Ja Aber das ist halt Ist Leider so Bloß die meisten Hersteller auf solche Online Kopierschutzmaßnahmen gehen Ja Aber wir Kunden oder wir Spieler haben es ja eigentlich in der Hand Wie viele Leute haben sich über sagen wir mal hier SimCity zum Beispiel aufgeregt Mit diesem Online Zwang dass man es nur online spielen kann Und äh Viele haben sie aufgeregt Viele haben gesagt Ah ist das blöd und et cetera Aber trotzdem ist es nur verkauft worden wie geschnittenes Brot Ja sicher Warum sollte der Hersteller es anders jetzt machen Richtig Ja Er hat die Bestätigung dass die Leute kaufen also Für ihn ist es so einfacher Ja Und dann Er hat es besser unter Kontrolle Er kann Er hat ja das Argument Seht ihr Leute Das Spiel verkauft sich gut Weil es keine Raubkopien gibt Oder fast keine Weil Wegen dem Online Zwang Ist eine Raubkopie herzustellen relativ schwer Folge dessen haben wir recht ja Und wenn wir Spieler nicht kaufen würden Weil Aber wir Spieler sind ja teilweise wirklich so Wir hören es kommt ein neues Spiel raus Und wir können es kaum erwarten Und teilweise wird es eben auch groß vorbestellt Obwohl man noch gar nicht weiß Wie gut es ist Ich habe das jetzt in irgendeiner News gelesen GTA 5 Ja Das ist das neue was kommen wird Es ist in Großbritannien Ich glaube in Großbritannien war das Oder war das ganz Europa Obwohl ich jetzt hier wieder Blödsinn erzählen Auf jeden Fall gibt es Ist das bei Irgendeinem Anbieter in Großbritannien Drei Millionen Mal schon vorbestellt Wahnsinn Ja Und kein Mensch weiß ob das Spiel wirklich gut wird Ja Trailer können einem zwar viel zeigen Aber ob das dann im End im wirklichen Spiel wirklich Also im fertigen Spiel wirklich so ausschaut Das weiß heute noch keiner Ja wie war es denn bei dem Spiel was Anfang des Jahres raus kam Äh wie hieß dieses Alien da Äh äh Alien was ist Da wird es heißen Ja ich weiß jetzt auch nicht War auf jeden Fall eins äh Äh diese äh eins der neuen Spiele von Alien Aus dieser Alien Serie Ja wo dann auch der Hersteller später äh Einräumen musste Dass es äh diese Trailer äh geschönt hatte Ja da gibt es sogar Vergleichsvideos Ja Auf Youtube brauchst du mal danach suchen Wo genau gezeigt wird wie hat die Szene in dem ersten Trailer Auf dem E3 Trailer oder was das war Oder Indie Es hat es ja mehrere Trailer gegeben Wie hat die Szene nicht ausgeschaut Und wie schaut es jetzt im Endeffekt im fertigen Spiel aus Ja genau Und deshalb wäre ich bei äh bei Spielen sehr vorsichtig mit Vorbestellung Auch wenn es eine Fortsetzung ist Das heißt auch nicht dass die Fortsetzung besser wird als das äh Als der erste oder zweite Teil Nicht unbedingt Da muss man also immer vorsichtig Und gerade Fortsetzungen Ist egal ob das jetzt im Film Genre ist oder in der Spielebranche Ja Sind oftmals schlechter als der erste Teil Ja Und deshalb würde ich nicht einfach blind irgendwas vorstellen Besonders äh bei GTA 5 weiß ja auch keiner wie der Kopierschutz aussieht Ob man dann wieder äh sich bei äh verschiedenen Diensten anmelden muss Damit man es überhaupt spielen kann Ja man muss da mal aufpassen Abgesehen davon Es ist noch Keine PC Version angekündigt Ja Es sind noch keine Next Gen Versionen angekündigt Es ist rein nur Xbox 360 und Playstation 3 angekündigt Ja das stimmt Alles andere könnte kommen Wobei ich denke dass äh Für die Next Generation Konsolen Bestimmt kommen wird Ja das ist wahrscheinlich auch für den PC kommen Ja gut Ja gut das weiß man bei Rockstar nie so genau Ja GTA 4 ist auch für den PC kommen Gut Red Dead Redemption nicht Ja Und das äh hätte ich mir gerne gekauft Aber das ist nicht für den PC gekommen Und da ich keine Konsolen habe und auch keiner haben möchte Selber Schritt Ja ich bin ich mag keine Konsolen mehr Ja bei den neuen bin ich mir noch unschlüssig aber auch wie du gesagt hast Die jetzt schimpfen alle über Microsoft und die Xbox Aber kaufen wir jetzt trotzdem Ja soviel ich gelesen habe sind äh äh die Angebote also die Amazon hat für die Konsolen für die Erstauslieferung alle schon vorgestellt Ja wobei das heißt jetzt nicht Nicht jeder das vorgestellt kauft es wirklich Ja Ein paar werden wahrscheinlich nur abspringen aber dafür steht dann wahrscheinlich schon genügend Leute Die äh dahinter diese dann auskaufen möchte unbedingt Das kann sicher sein Ich werde mich jetzt diese hier sicher nicht äh nicht abhetzen sondern halt nicht Ja gut bei der Erstveröffentlichung sind die Konsolen sowieso meistens viel zu teuer Ja wer ein bisschen Geduld hat und ein bisschen warten kann Ein bisschen sind dann aber ein paar Monate Ja ein halbes Jahr oder so aber gut daran wird man auch nicht sterben Und man hat ja auch gesehen bei den anderen Konsolen die ersten Generationen haben meistens noch irgendwelche technischen Fehler oder so wollen Ja nur ehrlich gesagt Microsoft kann sich das bei der Generation nicht mehr leisten Ja kann aber wie gesagt Natürlich kann es sein nur das ganze da musst du auch drauf aufpassen das ganze System basiert auf einem ATX System also einem Kommt eigentlich einen Computer was schon jahrelang erprobt ist wo man weiß wie man das Ding kühlen muss Also Man sollte es man sollte davon ausgehen dass es solche schwerwiegenden Bugs nicht mehr gibt oder Fehler Wo ein ganzes System stirbt weil es zur Hals wird oder sonst irgendwas Also rein theoretisch sollte sowas nicht passieren Aber ich werde trotzdem nicht oder ich würde meine Hand nie ins Feuer legen dass es nicht doch passiert Ja natürlich kann es sein dass wieder mal ein billiges Lötzchen verwenden wie bei der 360 Ja Das dann wenn es zu heiß wird auf einmal flüssig wird und die Verbindung weg ist Ja Ja besonders Es ist ja der Unterschied wenn ich eine Konsole als Prototyp habe oder ob das in die Massenproduktion reingeht Weil Prototyp wird alles per Hand gemacht da ist das alles noch in Ordnung Bei der Massenproduktion kann sich sehr schnell einen Fehler einschleichen weil irgendeine Herstellermaschine oder ein Roboter irgendeinen Fehler baut In die Plantinen ein oder sonst was Kann natürlich passieren Ja Naja wir werden sehen was bis dahin passiert sind wir noch ein paar Monate dahin Ja Ich glaube die Playstation soll jetzt im Was die letzte Körder im November kommen Ja Ja ich schätze mal die Xbox One wird auch nicht viel früher oder viel später kommen Die werden wahrscheinlich beide relativ zeitnah gleichzeitig rauskommen Ja die wollen beide das Weihnachtsgeschäft haben Ja natürlich Das wird keiner dem anderen überlassen Ne das glaube ich auch nicht Gott sei Dank keine Blitzampel Ja sonst hätten sie jetzt schon wieder Ein kleines Knöllchen bekommen Und hätte wieder mal zahlen müssen Ja Ja Gott sei Dank sind ja nicht alle Ampeln Auf Blitze hier ausgelegt Ja Gott sei Dank hast du die Die Strafen reduziert Ja 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 gut ich meine Die Strafen sind ja auch teilweise Äh 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 Etwas unrealistisch sagen wir mal so 500 Euro für ein Blitze ist schon ein bisschen viel Ja Ich meine Hier beim Unfall Gut da könnte man doch das Argument machen Die Strafen könnten sie ja höher sein Wenn man jetzt zum Beispiel wegen den Schäden oder so Mit einrechnen würde Gut Aber trotzdem finde ich es ein bisschen unrealistisch Das was es eben an Strafen gibt Auch für zu schnelles Fahren oder so Bei ETS kann halt nicht feststellen Ob man jetzt nur 10 Kilometer schneller ist Oder 100 Kilometer schneller ist als erlaubt oder so Also in Wirklichkeit Also sind die Strafen ja auch unterschiedlich hoch Der muss ja Möglichkeit geben dass er feststellt Okay ich fahre jetzt 90 ist erlaubt ich fahre jetzt 95 Okay ich erblitzt und ich fahre jetzt 120 Ja Jetzt muss er erkennen wie schnell ich fahre Ja gut aber das äh Der Programmcode hat scheinbar nicht dafür äh Oder im Programmcode ist nicht dafür vorgesehen Dass die Strafen Bei zu schnellem Fahren unterschiedlich stark Sind Das heißt äh Wie in Wirklichkeit Ob du jetzt 10 Kilometer drüber bist 30 Kilometer oder eben 50 Kilometer über Der Richtgeschwindigkeit Äh Das kann das Spiel halt nicht verarbeiten Oder vielmehr Es ist nicht vorgesehen dass es da unterschiedliche Strafen gibt Weil hier bist du halt Du brauchst ja schon einen Kilometer drüber zu fahren Und dann kannst du schon eine Strafe bekommen Du bekommst aber dieselbe Strafe ob du jetzt da In der Strecke wo du 30 fahren darfst Mit 35 eben durchfährst oder mit 100 durchfährst Die Strafe ist gleich hoch So da haben wir es ja schon Die sind ja wieder da Und eine bisschen längere Folge mit 24 Minuten aktuell schon Und eine bisschen längere Folge mit 24 Minuten aktuell schon So Kommt sich drauf an wie lange du noch fürs Einpacken brauchst Sollte nicht lang dauern Sollte Sollte Schau Wird nicht lang dauern Hehehe Oh ist ja ein relativ netter Parkplatz Da ist der Vorteil wenn man ein Lenkrad hat Da ist das doch ein bisschen einfacher Ja man sollte dann in die richtige Richtung lenken Ja gut Hehehe Also mit Tastatur oder auch mit Maus geht das trotzdem nicht so einfach Das sicher nicht Und ausgezeichnet Schon wieder keiner drauf gefahren Na gut sei dank Und kein Level up na schalke Na gut Ich würde sagen das wars für heute Wieder mal ich hoffe eine unterhaltsame Folge für euch Ich sag danke fürs Mietfahren Ja ich bedanke mich auch dass ich mitfahren durfte War wieder sehr unterhaltsam Hat wieder Spaß gemacht Vielleicht in Zukunft dann wieder mal Vielleicht dann auf der TSM 3.2 Genau Mit Patch 1.4 Na ja schauen wir mal Gut dann Leute danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Ade Tschüss Vielen Dank.